Kann ich wohl Ihren Ausweis sehen, Sir? Officer! Wenn Sie einen Kopf zu lange ansehen, geschweige denn mit ihm reden, du meine Tochter. Meine Tochter ist... Hätten Sie wohl noch etwas Platz für ein Meer? Oh, ein Meer bringen wir wohl gerade noch unter. Ist mir eine Ehre, Governor. Oh, vielen Dank. Ich habe ein Problem, ein wirklich großes Problem. Ah, ja? Vollidiot, was zum Teufel machst du denn? Hey, tut mir leid. Die Hand drückt oder Teddy Warbucks, die Perlen gesetzt. Officer, ich weiß nicht, was Sie sich denken. Sie sind wie ein Wurm, Dedicated. Sie sieht echt aus. Ich habe von Waffen überhaupt keine Ahnung. Also, das Ding ist echt. Der sieht allerdings echt aus. Helfen Sie uns doch bitte weiter. Sie sind ja ein Experte auf dem Gebiet. Sehr gut. Mr. Watson, ich sagte ja bereits. Ich werde noch einen Killer aus Ihnen machen. Infobox auf Fernsehen. Weil ich die souls fühle. Keiner? Noch nichts? Ich habe noch ein paar Einsignal. Ich bin da. Vielen Dank.